Und jetzt 30 Jahre zurück in den G. Und jetzt die Frage, wie war der das? Den neuen oder den alten? Oder den Black Series doch noch. Jetzt sind wir in meinem Traumauto. Heute war so ein typischer Abfahrt-Tag. Es hat nichts geklappt. Launch Control. Jawoll! Wir müssen ja für eine Achtelmeile mal lernen. Unser LKW-Pilot wollte ein Cabrio machen. Guck mal, der Micha ist heute im ligeeren Casual-Look. War der nicht so ein geiles Samtsackett? Nee, Samtsackett? Samtsackett? Hast du jetzt Samtsackett gesagt? Ich habe Samtsackett gesagt, ja. So, machen wir mal gucken. Alles gut? Ja. Ein bisschen Casual-Look. Ich habe noch eine Jacke in den Kofferraum, aber die nehme ich gleich raus. So, alles raus. Also mittlerweile komme ich damit klar wie mitten ab. Also von der Größe her und so was alles. Ich habe ja gerade einen ausführlichen Bericht noch mal gemacht, wie ich damit zurecht gekommen bin. Ich danke für die Erfahrung. Gerne doch. Und jetzt 30 Jahre zurück in den G. Aber soll ich ja sagen, das sind geile 30 Jahre. Gibt's auch. Es ist so geil, ne? Und jetzt mal ohne Scheiß, klar. So ein 4x4 ist schon mega, aber der reicht. Klar. Das ist einfach geil. Ich freue mich so, wenn die Final Edition kommen. Dann müssen wir auch noch mal quatschen. Machen wir. Dann musst du so richtig einen zaubern. Und 3,50, ne? Mhm. Sportpaket. 19 Zoll. Schwarz und 19. Grau. Das ist cool. Sieht gut aus. Ne? Coole Kiste. Das ist das geilste an der G-Klasse. Ja. Definitiv. Das wird die neue auch nicht mehr haben, glaube ich, ne? Wir sind da sehr gespannt. Also man ist da sehr zurückhaltend mit Informationen. Weil man wollte die G-Klasse ja schon mal einstampfen. Ja. Aber da hat sich die Lobby dann sehr beschwert. Und wenn man mal zusammenrechnet, wie viele Autos jetzt nach Korea und nach China gegangen sind, wo sich der Markt geöffnet hat, war es eine gute Entscheidung, den beizubehalten. Ja? Ja. Oh. Ist geil, ne? Ja, weil ist die jetzt gar nicht, weil eine dicke Tür zufällt, weißt du? Einfach ein geiles Schloss. Genau. Einfach ein geiles Schloss. Ja. Boom. Wenn du da die Finger zwischen hast, sagst du ja, Prost Mahlzeit. Ist geil. So. Nehmen wir hier ein. Ey, wie geil, ne? Die Sache ist ja, ich wollte ja, als Daily wollte ich ihn ja haben, als Vernunfts-Auto. Aber mal eben, ich fahr ja mal ab und zu mal 600 Kilometer am Stück, ne? So quer durch Deutschland. Mach ich ja mal öfter. Also du musst dann wirklich, also es entkoppelt dich auch, du willst ja gar nicht rasen, aber trotzdem ist es schon so eine Sache. Bei Capristo gibt es übrigens jetzt eine 6-Rohr-Ausbau-Anlage für den G. 6-Rohr? Genau. Für die Benziner hast du 3 Rohre rechts und 3 Rohre links. Da hat der Toni was gezaubert. Der hat Toni zaubert, ja. Für den G500 oder für? 560er müsste passen. Vor 8 halt. Also ich glaube, wenn ich, also ich weiß, der G63 ist natürlich viel, viel geiler. Außer Frage. Aber ich glaube, wenn ich einen Benziner nehme, würde ich einen G500 nehmen. Das ist einfach die coolere Entscheidung, weil Motor... Und die ältere Optik dann. Aber schnell. Genau. Ja genau. Weil zu 20 rennt der auch. Wo ist eigentlich dein Jackett? Mein Jackett? Ja. Das hab ich dir doch zugeschickt, das wurdest du auch tragen das Wochenende. Ist noch nicht angekommen. Habt ihr noch irgendwas Schönes hier? Ähm, ein C63 Edition 507 könnte ich dir noch zeigen. Oh. Ja? Ja. Ist er bezahlbar? Ja, es verkauft. Was ein Scheiß, Alter. Ich mag die sogar. Hallo. 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 Oh, Zug. Ach Gottes Willen. Hallo. Alles gut? Ganz sicher. Perfekt, perfekt. Und wie viel ging der weg? 70. Hat er auch erst 30 gelaufen. Nachhaltungs bei absolut saures Auto. Das finde ich cool. Wirklich. Ohne Scheiß. Weil der ist auch werterhaltungstechnisch, ist ja echt mega cooles Auto. Und jetzt die Frage, wie war der das? Den neuen oder den erhalten? Also von der Optik finde ich ja den neuen schon cooler. Wenn ich den Radhausein. Ja. Weil der wäre mir zu schlank einfach, weißt du? Wie das normale unter 18 wäre. Der war einfach so, aber vom Werterhalt und vom Motor finde ich den schon nicht scheiße. Vom Sound auch. Aber der wird den Werterhalt nie erleben, glaube ich. Das glaube ich eigentlich auch nicht. Nee. Und selbst die normalen C63 2008er, einer der ersten unter 25 gibt es ja nichts. Haben wir nicht? Und das ist ja schon seit Jahren so. Die werden dann wieder hoch gehen, denke ich mal. Sicher. Okay. Aber so einer wäre schon ganz cool. Oder einen Black Series doch auch. Oh. Aber er hätte halt fast kaufen können, ne? Für 70. Den Black Series hast du auf jeden Fall mal für 90, 95 kriegst du auch. Ja. Aber jetzt kommen wir auch so auch. Wenn jetzt einer mit 50 gelaufen, musst du schon 150 investieren. Wenn du Spoiler und Schalansätze haben willst. Ja, aber sonst mag das ja Karten. Wenn du Track Package mit Würgel haben willst, noch mehr. Wir haben einen, der hat 135 gelaufen, der liegt bei 115. Hat auch Spoiler und Schalansätze. 115? Mhm. Brutto. Mit Carbon-Paket. Mit dem Flaps vorne. Ja. Was für eine Farbe? Rot. Echt? Mh. Echt? Bin ich ja so ganz. Mh. Ist doch cool. Sagt der gegen 50? Der hat 135 gelaufen. 135? Deswegen kostet ja nur 110. Ach so. Wenn die 50 gelaufen haben, dann kosten die 150. Ja, aber 135 ist schon eine Nummer, ne? Ich meine, der Motor wird es machen, aber so die ganze Peripherie, ne? Ist das schon der zweite Motor? Ach. Achse, alle ausgelutscht und so was, alles. Fahren her top. So ein eichtes Zittern. Den haben wir angemeldet. Den kannst du vielleicht, wenn du liebst, darfst du vielleicht auch mal rumgefahren. Wir müssen nochmal wieder Papierkram machen. So, Papierkram. So, Papierkram. Boah, das ist, das Geräusch ist göttlich. Das Geräusch ist nicht mehr als göttlich. Das Geräusch ist, jetzt pass auf. Witzig. Oh, müssen wir gleich mal tanken, oder? Nö, wir melden uns gleich wieder. Wir müssen gleich mal tanken gehen. Okay. Jetzt sind wir in meinem Traumauto. Jetzt ist eins bei der Traumautos auf jeden Fall. Kannst du so sagen. Und jetzt hast du natürlich so einen 350. Das ist halt jetzt nicht... Natürlich ist ein G500, ein G63 natürlich viel viel cooler. Also so von emotionalem Wert her. Aber trotzdem, wenn allein die Sitzhaltung und wie du fährst. Ich mag das. Viele mögen das nicht. Weil es ist halt super, es ist super out-school. Ich meine allein, was ich mega sexy finde. Was ich richtig geil finde. Allein dieses Geräusch. Das sind Stellmotoren. Ja. Die guten alten Stellmotoren. Zu. Auf. Zu. Auf. Also das ist alles noch... Das ist noch... Real ist das. Natürlich, dann siehst du hier. Das ist halt eben nicht die neueste Anmutung von Mercedes-Benz. Aber ich meine sogar noch moderner darf es hier gar nicht sein. Weil dann verliert es den ganzen Charme. Eigentlich rein theoretisch so von der Aerodynamik und vom Verbrauch und so eigentlich völlig unlogisch das Auto. Und unvernünftig. Aber es hat halt einen emotionalen Wert. Seit 1979 gibt es dieses Auto quasi fast ohne bauliche Veränderungen. Ja, auf jeden Fall... Was machen wir jetzt? Unser Hänger erstmal holen aus dem Lager. Dann Rosessi aufladen. Noch verschiedene Vorbereitungen machen. Da muss ich nochmal nach Hause meine Klamotten holen. Weil nach dem Track Day fahre ich ja direkt drehen. Nach Stuttgart. Und dann fahren wir etwas später los. Richtung Nürburgring. In Kolonne. So. Bis gleich. Ich freue mich. Tommy. Ja? Du hast diesen Track Day noch nichts kaputt gemacht. Ich würde mir das überlegen, das da dran zu machen. Was steht denn da drunter? Ja, danke. Rade? Rade? Ja, ich hätte eine kurze Hose, aber ich habe das völlig gecheckt. Ich war ein bisschen dämlich. Hast du die Beine nicht rasiert? Nee, genau. Bad hat, ey. Alle Beine. Ich würde dir ja eine von meinen geben, aber... was denn nicht? Ja, wir müssen ein Osechtchen noch weitermachen. Der kleine Süße, ja. Deswegen holen wir uns jetzt, glaube ich, weniger neue Projekte und bauen erstmal die alten fertig. Ja, das ist immer so eine Sache, ey. Ich würde am liebsten alles sofort machen. Ich bin da voll bei euch. Aber irgendwie kriegst du es halt nicht geschisse, weil du immer so viel nebenbei machst. Tut mir auch voll leid. Ich versuche nach und nach und dann kommen wieder neue Einflüsse. Das kennt ihr bestimmt auch. Dann kriegst du ein neues Auto und denkst du, ah nein, 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 ich muss erst das neue machen. Und vergiss das alte. Und dann denkst du wiederum, ah nein, eigentlich muss das alte machen. So läuft das halt immer. Das ist das Problem. Nimmt es mir nicht übel. Ich glaube, das ist ganz normal. Das ist eine Männerkrankheit. Also, hier fängt unsere Kolonne an. Da ist unser C2. C2? T2. Du hast C2 gesagt. Ich habe T2 gesagt. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Dann ist hier der Porsche. Hier ist unser Gespann mit Osechi. Hier ist unser Gespann. Unser Gespann. Da ist Osechi drinne und dann haben wir noch unser LKW. Ach, Audi kommt auch noch. Mit Pidi gleich. Weil Pidi muss noch den Turbo fertig machen. Und danach kommt er mit Leos Auto. Ja. Heute war so ein typischer Abfahrtag. Es hat nichts geklappt. Und mein Roller ist dabei. Und eine Ducati kommt auch noch. So machen wir das. Los geht's. Natürlich mit keiner Verspätung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, nach 100 Kilometern. Irgendwie machen wir hier immer Pause, ne? Komm, wir gucken mal was Sache ist. Wir rocken jetzt mal hier. Mal gucken was hier geht. Ich kriege nur wieder Anschluss. Das ist jetzt alles Essen. Kann sich widerstehen. Kann sich widerstehen. Ja auch nicht. Kann sich widerstehen. Launch Control. Jawoll. Wir müssen ja für eine Achtelmeile mal lernen, ne? Ja. 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 Musik Musik Back again, back again Musik 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 z Musik ибf « Musik »Hier hat « »Macheld« 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 Hier ist noch ein Stück von dem LKW-Dach. Untertitelung des ZDF, 2020